Amen. Wir sind jetzt in Johannes 8, guck mal Vers 7. Johannes Kapitel 8, Vers 7. Als sie nun fortführen, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Der Titel meiner Predigt heute lautet, Argumente gegen die Todesstrafe widerlegt Teil 2. Argumente gegen die Todesstrafe widerlegt Teil 2. Wir haben schon drei Argumente gesehen. Einen kurzen Blick. Also Argument Nummer 1, sie sagen, du sollst nicht töten. Aber natürlich haben wir gesehen, es gibt einen Unterschied zwischen Mord und Todesstrafe. Und Argument Nummer 2, sie sagen, mit dem Tod von Jesu wurde die Todesstrafe abgeschafft. Aber durch den Tod Jesu, haben wir gesehen, sind wir vom Höllenfeuer befreit. Nicht von physischem Tod, nicht von Todesstrafe. Und Argument Nummer 3, sie sagen, die Todesstrafe hat nur symbolischen Wert und ist nicht wörtlich zu nehmen, ist was sie sagen. Ja, und wir haben den Unterschied gesehen zwischen zeremoniellen Gesetze und Zivilgesetze. Einige Gesetze haben doch ihre Erfüllung in Jesus. Aber die Todesstrafe ist nicht eines davon. Und Argument Nummer 4, darüber werde ich heute predigen. Also sie verwenden diesen Vers hier. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Ich lese einige Verse von Matthäus 15, Vers 1. Da kamen die Schriftgelehrten Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen, Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er aber antwortet und sprach zu ihnen, Und warum übertretet ihr das Gebot Gottes und euer Überlieferung willen? Denn Gott hat geboten und gesagt, du solltest seinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Das hat Jesus gesagt. Wer Vater oder Mutter flucht, der soll sterben. Ja, es ist besser, wenn dieser Typ sterbt. Okay? Er soll unter der Todesstrafe sterben. Also es macht keinen Sinn zu sagen, Jesus hat ja selber widerlegt. Das macht keinen Sinn. Ein kurzer Hintergrund, was passiert hier? Die Pharisäer haben aufgehört, Gottes Gebote zu folgen. Sie haben es aufgehört. Ja, Gottes Gesetze waren für sie zu extrem. Wir haben keine Interesse, Gottes Gesetze zu folgen. Sie vertreten die Gesetze Gottes und begannen, ihre eigenen Gesetze zu lernen. Ihre eigenen Gesetze zu bringen. Und guck mal, das ist nicht etwas Neues, das hier passiert. Sie haben das ständig gemacht, auch im Alten Testament. Sie haben immer wieder Gott verlassen, ihn vergessen. Und jedes Mal, wenn das Volk Israel von Gottes Gesetzen abwägt, bestrafte Gott sie. Oder? Also er ließ zu, dass ein böses Volk sie besiegte. Wie Babylon, Asyrien. Als Teil von Gottes Strafe musste sich Israel einer fremden Autorität unterwerfen. Ja? Es sei denn, sie taten Buße und kamen mit dem Herrn ins Reine. Also wenn sie Buße getan haben, haben sie Freiheit gehabt. Das sehen wir ständig im Alten Testament. Und an diesem Punkt hier, in Johannes 8, als Jesus auf dieser Erde war, sehen wir die Realität. Dass sie unter römischer Herrschaft stehen. Sie sind unter römischer Herrschaft. Und Gott hat es zugelassen, dass sie unter römischer Herrschaft stehen. Warum? Es ist offensichtlich, warum. Sie haben Gott weggelassen. Sie haben Gott vergessen. Schlag auf Johannes Kapitel 18. Johannes Kapitel 18. Unter dem römischen Gesetz hatte das Volk Israel nicht das Recht auf die Todesstrafe. Offiziell. Sie dürften niemanden töten. Ja, für sie ist es sowieso irrelevant, weil sie die biblische Todesstrafe nicht praktizierten. Sie haben sowieso Gott verlassen. Ob es Todesstrafe gibt oder nicht, für sie ist es irrelevant. Guck mal, Johannes Kapitel 18, ab Vers 28. Sie führten nun Jesus von Caiaphas in das Praetorium. Es war aber noch früh. Und sie selbst betraten das Praetorium nicht, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passat essen könnten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und fragte, was für eine Anklage hebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten und sprachten zu ihm, wäre er kein Übeltäter, so hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Und Vers 31. Da sprach Pilatus zu ihnen, so nehmt ihr ihn und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden nun sprachen zu ihm, wir dürfen niemanden töten. Nun, lass uns dir sagen, das ist doch die Wahrheit, sie dürften niemanden töten. Aber sie konnten es. Sie konnten es. Guck mal, Rom ist es egal. Was Juden einander tun, wenn die Juden einander schlachten, für Rom ist es wirklich egal. Lass uns dir diesen Vers zeigen, als Jesus das erste Mal in der Synagoge war, hat er das Buch Jesaja geöffnet, hat es gelesen und gesagt, ich bin der Messias. Und ich lese dieser Vers hier, du musst dich aufschlagen, Lukas 4, 29. Und sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Rand des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Sie waren bereit, Jesus zu töten. Schon damals, ja? Guck mal, das römische Gesetz hielt sie nicht davon ab, Jesus töten zu wollen. Sie sind nicht zuerst zu Pilatus gegangen, das Erlaubnis zu holen. Sie waren bereit, Jesus zu töten. Ja? Und es ist ein versuchter Mord. Ja? Was sie mit Jesus hier machen wollen. Und guck mal, das römische Gesetz hat die Pharisäer nicht davon abgehalten, Stephanus zu töten. Sie haben Stephanus rausgebracht, ihn gesteinigt, fertig. Ja? Sie haben keine Erlaubnis von Rom eingeheult. Und guck mal, Jesus hat gesagt in dem gleichen Kapitel, Johannes 8, 44. Ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun? Der war ein Menschenmörder von Anfang an. Und steht nicht in der Wahrheit, der war ein Menschenmörder von Anfang an. Das bedeutet, dass die Pharisäer auch Menschenmörder sind. Ja? Sie sind Mörder. Diese Leute, die Juden, sind einfach Mörder. Sie hätten Jesus einfach töten können, ohne vorher die Zustimmung von Pilatus einzuholen. Also, dann warum sind sie zu diesem Punkt zu Pilatus gegangen? Warum? Wenn sie Jesus einfach töten können. Wenn sie einfach Mörder sind. Ich lese einige Verse. Markus 11, 18. Du musst dich aufschlagen. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten und ersuchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Jesus hatte eine große Following. Volksmenge, so viele Leute. Deswegen könnten sie Jesus nicht töten. Das war schwer. Matthäus 21, 45. Und als die obersten Priester und die Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er vor ihnen redete. Und sie suchten, ihn zu ergreifen. Fürchteten aber die Volksmenge. Ja? Weil sie ihn für einen Propheten hielt. Und sie hatten Angst vor dieser Volksmenge. So viele Leute, sie könnten nicht einfach Jesus festhalten und ihn töten. Ja? Da sie Jesus nicht selbst ermorden konnten, schufen sie eine Verschwörung. Und falsche Zeugen. Und zwangen Pilatus schließlich, Jesus zu kreuzigen. Weißt du? Wenn Rom sich einmischt, ist die Menge kein Problem. Rom kann die Menge kontrollieren. Weißt du, die Pharisäer könnten das nicht. Aber Rom hat Soldaten? Eine große Armee? Sie konnten die Menge kontrollieren. Für ihnen ist es egal, wie viele Following Jesus hat. Ne? Also, was war das am Ende des Tages? Der Tod Jesu war ein raffiniert, konstruierter Mord. Das war ein Mord. Einige sagen, Jesus starb unter die Todesstrafe. Nein, das war nur eine Verschwörung. Das war eine Lüge. Das war ein Mord. Was ich damit sagen will, die Pharisäer waren nicht daran interessiert, jemanden für eine gerechte Sache zu töten. Sie hatten keine Interesse an Gottes Gesetze. Weißt du? Es war ihnen egal, dass diese Frau eine Ehebrecherin war. Es war ihnen völlig egal, ob sie in Sünde lebt oder nicht, ob sie eine Hure ist. Für sie ist es wirklich egal. Sie haben sowieso Gottes Gesetze verlassen. Sie wollten Jesus in die Enge treiben und versuchten, ihn zu entlarven. Sollen wir diese Frau steinigen? Es sind zwei Möglichkeiten. Wenn Jesus gesagt hätte, ja, sie soll gesteinigt werden, dann würden sie sagen, okay, er widerspricht Rom, er steht nicht unter Roms Autorität, er ist ein Aufwiegler, was auch immer. Und wenn Jesus gesagt hätte, nein, du sollst sie nicht teinigen, würden sie sagen, guck mal, er spricht gegen Mose. Er ist gegen Mose, er ist ein falscher Prophet. Sie wollten Jesus einfach in die Enge treiben. Weißt du? Weißt du, es gibt eine Aussage, viele Prediger verwenden diese Aussage. Sie sagen, die einzige Person, die die Recht hatte, einen Stein auf sie zu werfen, tat es nicht und entschied sich, stattdessen Liebe zu zeigen. Ja, Jesus hatte den Recht, diese Frau zu steinigen, aber er hat das nicht getan. Guck mal, Jesus ist so liebevoll, deswegen sollen wir auch lieben und nicht für die Todesstrafe stehen. Und lass mich dir sagen, Jesus in seiner menschlichen Natur zu diesem Zeitpunkt hatte nicht die Autorität, diese Frau zu steinigen. Weißt du, er war ein einfacher Bürger von Judah, das unter Rom stand. Auch Jesus musste sich der Obrigkeit unterordnen und er hat es auch getan. Zum Beispiel diese Aussage von Jesus, so geb dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Das hat Jesus gesagt. Guck mal, wenn Jesus das zweite Mal kommt, wird er als Richter und König kommen und er wird viele Menschen töten. Er wird eine Menge Menschen töten. Ja, er wird die Welt mit eisernem Stab regieren. Ja, die Bibel sagt, du musst dich aufschlagen in Offenbarung 19,15. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, damit er die Heidenvölker mit ihm schlage. Und er wird sie mit eisernem Stab weiden. Und er dreht die Weinkälte der Grimmes und des Zornes, Gottes des Allmächtigen. Er wird eine große Menge von Menschen töten. Es wird so viel Blut geben, wenn Jesus das zweite Mal kommt. Aber das ist nicht der Zweck seines ersten Kommens. Als Jesus das erste Mal kam, kam er, um zu dienen, nicht um bedient zu werden. Er ist nicht buchstäblich als König gekommen. Ja, er kam, um sein Leben als Lösegeld für viele zu geben, als Jesus das erste Mal kam. Weißt du, Christen sagen heute, wir sind alle Sünder. Wir sind alle Sünder, Bruder Moses. Keiner ist ohne Sünde. Wirst du ohne Sünde? Ich bin auch nicht ohne Sünde. Deshalb sollte es keine Todesstrafe geben. Niemand ist ohne Sünde. Deswegen soll es keine Todesstrafe geben. Zum Beispiel, es gab diese Frau, als wir in Haidach Seelengewinn gegangen sind. Ich war mit Bruder Dennis und sie war eine charismatische Frau. Sie kannten uns. Sie hat das Flyer gesehen. Oh, ich kenne diesen Typ. Ich habe eure Predigten und alles gehört. Ich stimme mich euch nicht zu, über was ihr über Homos redet. Ja, das stimme ich nicht zu. Das hat sie gesagt. Wir sind heute im Neuen Testament. Wir sind im Neuen Testament. Du kannst nicht den Tod von jemandem verlangen. Ich habe einfach diese Frage gestellt. Okay, wenn du im Alten Testament leben würdest, hättest du die Todesstrafe für Homos unterstützt? Und dann keine Antwort. Guck mal, waren im Alten Testament nicht alle Menschen Sünder? Doch, oder? Und waren einige Menschen im Alten Testament ohne Sünde? Und sie haben den Recht gehabt, die Menschen zu steinigen? Also, wovon spricht Jesus hier? Als Jesus gesagt hat, dieser Vers, diese Aussage, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Als Jesus gesagt hat, wovon spricht Jesus? Bezieht er sich auf alle Sünden? Guck mal, als König David sagte, an dir allein habe ich gesündigt, in Psalm 51, meinte er damit nicht, dass er generell ein Sünder sei. Sondern auf eine bestimmte Sünde. Seine Sünde mit Bathsheba, ja, Mord und Ehrbruch, darauf bezieht er sich. Ich bin ein Sünder, ich habe gesündigt, ich habe diese Sünde getan. Guck mal, als die Pharisäer die Frau zu Jesus brachten, bezog er sich nicht darauf, dass sie allgemein sündigten, dass sie allgemein Sünder sind, sondern auf eine bestimmte Sünde, hat Jesus hingewiesen. Guck mal, die eine Sünde der Pharisäer, die Jesus immer wieder aufdeckte, war die Sünde der Heuchelei. Heuchelei. Ja? Matthäus 23, ihre Schriftgelehrte und Pharisäer, wer euch, ihr Heuchler, immer wieder. Guck mal, als Jesus sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie, deckte er ihre Sünde der Heuchelei auf. Das ist das Problem da. Nicht, dass sie, sie hatten keine Liebe für Gottes Gesetz, oder? Sie hielten sich nicht an die Gesetze Gottes. Sie hatten keine Liebe für Gott. Sie hatten keine Liebe für Gottes Gesetze. Sie wollten einfach diese Frau als, als Köder benutzen, um Jesus in die Enge zu treiben. Und Jesus in seiner Weisheit hat ihr Heuchelei entblößt. So einfach ist das. Ja? Guck mal, die Bibel sagt, ihr seid in Johannes 8. Johannes 8, guck mal, Vers 6. Johannes 8, Vers 6. Da sagten sie aber, um ihn zu versuchen, ihm zu versuchen, das ist der Zweck, damit sie ihn anklagen könnten. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Was hat er geschrieben? Es gibt eine falsche Lehre, die besagt, Jesus hat ihre Sünden auf der Erde geschrieben. Ja, er hat alle ihre Sünden gelistet. Das glaube ich nicht, das sagt die Bibel nicht. Das ist nur eine katholische Legende. Diese Ehre stammt aus der katholischen Kirche. Und viele Prediger predigen das. Guck mal, ich gebe ein Beispiel. Es ist so, wie wenn wir heute ständig auf dem Handy scrollen, weißt du? Wenn wir so tun, als würden wir jemanden nicht sehen oder hören. Manchmal sehe ich Leute auf der Straße, die ich kenne, aber ich will keinen Augenblick halten. Ich will nicht mit dieser Person reden. Dann nehme ich mein Handy. Weißt du? Einfach so, also, Jesus hat nur auf seinem Handy scrollt. Naja, das war kein Handy. Er hat einfach auf den Boden gemalt. Also, ja, okay. Diese Leute sind einfach bescheuert. Ich will nicht mit diesen Leuten reden. ist egal. So einfach. Ja, das ist gar nicht so schwer zu verstehen. Und Vers 7, Johannes 8, Vers 7. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünder ist, der werft den ersten Stein auf sie. Also, Jesus meinte, sagt Jesus hier, oh, wirklich, du denkst, dass du so heilig bist. Ja? Hältst du dich für so gerecht? Hast du Liebe vor Gott? Hast du Liebe vor Gottes Gesetze? Okay, wenn du wirklich davon überzeugt bist, wenn du wirklich daran glaubst, steinige sie doch. Guck mal, hat Jesus gesagt, werft keinen Stein auf sie? Nee, wer ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein auf sie. Wenn dein Herz auf dem rechten Fleck steht, mach das. Und guck mal, Vers 8, Johannes 8, 8. Als sie aber das hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt. Einer nach den anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zum Geringsten, Jesus wurde alleingelassen und die Frau, die in der Mitte stand. Guck mal, diesen Teil hier von ihrem Gewissen überführt, steht nicht in vielen modernen Bibelfersionen. Weißt du das? Sie haben das einfach weggenommen. Dann ist das nicht klar. Und das ist ein Beweis dafür, dass sie wüssten, okay, okay, Jesus hat uns entblößt. Ja, wir können diese Frau nicht steinigen. Ja, ja, we're cut. Egal das. Weißt du, sie haben nicht erkannt. Sie haben, sie haben, guck mal, was nicht passiert ist, sie haben nicht gedacht, oh, wir sind Sünder, das wüssten wir nicht. Jesus, du hast gesagt, dass wir Sünder sind. Genau, wir sind Sünder. Alle haben gesündigt. Nee, das war nicht die Realisierung. Dort, ihre Heuchelei wurde aufgedeckt. Und als sie weggegangen sind, was tat Jesus? Er hat diese Frau vergeben. Natürlich, Jesus konnte das tun, weil er der Sohn Gottes ist. Er ist Gott. Er kann Menschen ihre Sünden vergeben. Und guck mal, selbst wenn sie weiterhin ein ehebrecherisches Leben führen würde, würde sie gerettet werden. Einmal gerettet, immer gerettet. Ich gebe ein Beispiel, schlag auf Markus Kapitel 1. Markus Kapitel 1. Guck mal, selbst wenn sie danach zum Tode verurteilt würde, käme sie in den Himmel. Ja, denn ihre Sünden wurden ihr in der Ewigkeit vergeben. Das haben wir schon das letzte Mal gesehen. Markus 1, guck mal, ab Vers 40. Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, hab acht, sage niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und Opfer für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Und guck mal, was passiert hier, er war krank und er wurde geheilt. Also, er wurde gerettet. Und Jesus hat ihm ein Gebot gegeben. Das war ein Gebot, sagt niemand. Das erste Gebot. Und hielt er dieses Gebot? Sofort gebrochen, oder? Also, ist er dann wieder krank geworden? Nee, er hat sein Heil nicht verloren. Einmal gerettet, immer gerettet. Genauso mit dieser Frau hier. Jesus hat gesagt, sündige nicht mehr. Das hat Jesus gesagt. Das bedeutet einfach, lebe nicht in dieser Sünde. Du sollst ja Buße tun. Auch wenn sie gesündigt hätte, würde sie immer noch gerettet sein. Ja, wenn wir Menschen retten, wir sagen, hey, komm in die Gemeinde. Ja? Also, bring dein Leben in Ordnung. Wir sagen das. Damit du Glück und Freude in deinem Leben haben kannst. Nicht, weil, okay, wenn du das nicht tust, wirst du dein Heil verlieren. Das sagen wir nicht. Das ist ein falsches Evangelium. Vielleicht hast du Ehepunkt gegangen in deinem Leben. Weiß nicht. Lass es dir sagen, Ehebruch ist eine ganz andere Sünde als Verworfen oder Homo zu werden. Das ist eine ganz andere Sünde. Wenn du in deinem Leben Ehebruch begangen hast, natürlich, unterstütze ich die Todesstrafe. Also, das gilt nicht mehr in Deutschland. Aber das bedeutet nicht, dass ich dich hasse. Ich hasse dich nicht, nur weil du Ehebruch begangen hast. Wenn du gläubig bist, bist du immer noch Geschwister. Weißt du? Ich hasse dich nicht. Und was ich damit sagen will, ich hasse nicht jeden, der die Todesstrafe verdient hat. Oder? Es gibt einige Leute, die verworfen sind, dann ja. Das ist etwas anders. Sie können nicht mehr gerettet werden, aber es gibt so viele andere Leute, die irgendeine Kapitalverbrechen begangen haben, aber sie können immer noch gerettet werden. Sie können auch gläubiger sein. Und diese Leute hassen wir nicht. Ja? Wir würden dir gern das Evangelium geben, damit du gerettet wirst, damit du in den Himmel kommst. Egal, ob du auf dieser Erde zum Tode verurteilt wirst oder nicht. Also, das war Argument Nummer 4. Und das letzte Argument, Argument Nummer 5. Diese Aussage kennen wir von Mahatma Gandhi. Auge um Auge macht die ganze Welt blind. Hat Mahatma Gandhi gesagt. An eye for an eye makes the whole world blind. Und natürlich, diese Aussage Auge um Auge kommt von der Bibel. Das ist eine biblische Aussage. Nun schlag auf 3. Mose 24. 3. Mose 24. Währenddessen lese ich aus Matthäus Kapitel 5, 38. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und das hat Jesus gesagt. Ja? Aber was bedeutet das hier? Was haben die Pharisäer falsch gelehrt? Was sagt eigentlich die Bibel? Guck mal. 3. Mose 24. Ab Vers 17. 3. Mose 24. Ab Vers 17. Und wenn jemand einen Menschen erschlägt, so muss er unbedingt getötet werden. Okay? Hören wir zu. Wenn jemand jemanden umbringt, soll er getötet werden. Richtig? Todesstrafe für Mord. Vers 18. Wer aber ein Vieh erschlägt, der soll es erstatten. Es heißt hier Leben um Leben. Du sollst Leben um Leben richtig verstehen. Wenn du einen anderen Menschen umbringst, Leben um Leben bedeutet, du sollst getötet werden. Oder? Aber wenn du sein Vieh, dein Nachbars Vieh, wenn du sein Tier tötest, Leben um Leben bedeutet nicht, dass dein Tier auch getötet werden soll. Das macht keinen Sinn. Leben um Leben in dieser Situation bedeutet, du solltest ein Vieh für ihn kaufen. Es ersetzen. Ja? Und guck mal. Vers 19. Bringt aber einer seinem Nächsten eine Verletzung bei, so soll man ihm das tun, was er getan hat. Bruch um Bruch, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Die Verletzung, die er dem anderen zugefügt hat, soll man ihm auch zufügen. Und nochmal, hier ist es wiederholt, falls du es falsch verstehst. Vers 21. Wer also ein Vieh erschlägt, der soll es erstatten, wer aber einen Menschen erschlägt, der soll getötet werden. Also Leben um Leben hängt vom Kontext ab, hängt von der Situation ab. Also beim Mord sollst du getötet werden. Aber wenn du jemanden verletzt hast, solltest du ihn erstatten. Ich habe schon dieses Beispiel damals erzählt. Ja, sagen wir, ich habe mit Bruder Ashley gekämpft. Ich habe ihn getötet, absichtlich. Dann soll ich auch getötet werden, laut den Gesetzen Gottes, ja? Sagen wir, ich habe mit Bruder Ashley gekämpft und ihm einen Zahn abgebrochen. Ja, vielleicht hier, ein Zahn auf der Seite. Also laut, was die Pharisäer gelehrt haben, nach diesem Gesetz soll ich einen Termin beim Zahnarzt machen und mir denselben Zahn entfernen lassen, oder? Das macht keinen Sinn. Nehmen wir an, ich hätte mich mit Bruder Ashley geprügelt, ich habe ihn verprügelt und ihm den Rücken gebrochen. Er ist für den Rest seines Lebens an einen Rollstuhl gebunden. Ich sollte ihn entschädigen. Es gibt auch solche Gesetze, oder? Ich sollte für ihm den Rücken sein, ich sollte sein Knie für das Knie sein, dass ich ihm gebrochen habe. Ich sollte sein Bein für das Bein sein, dass ich ihm gebrochen habe. Ich sollte das Auge für das Auge sein, das ich beschädigt habe. Ja, ich muss für seine Rechnungen aufkommen. Ja, ich muss für die Bedürfnisse seiner Familie aufkommen. Ich muss alle seine Rechnungen bezahlen. Ich muss sein Leben unterstützen. Mit meinem Einkommen. Das ist, was es bedeutet. Entschädigung. Und solche Gesetze gibt es auch heute, oder? Also in Deutschland. Und das ist, was die Bibel sagt. Schlag auf 5. Mose 19. 5. Mose 19. Da sein Missgeschick von mir verursacht wurde, ist es meine Aufgabe, für seine Bedürfnisse zu sorgen. Guck mal, die Pharisäer benutzen diesen Gesetz, um Rache zu rechtfertigen. Rache zu lernen. Wir sollten Rache üben, Rache. Aber die Bibel sagt, Rache gehört zum Herrn. Guck mal, 5. Mose 19, Vers 16. 5. Mose 19, Vers 16. Wenn ein falscher Zeuge gegen jemanden auftritt, um ihn eine Übertretung zu beschuldigen, so soll die Männer, die Streit miteinander haben, vor den Herrn, vor die Priester und Richter treten, die zu jener Zeit im Amt sein werden. Und die Richter sollen es genau erforschen, stellt er sich heraus, dass er Zeuge ein falscher Zeuge ist und gegen seine Bruder ein falsches Zeugnis abgelegt hat, so sollt ihr ihm das antun, was er seinem Bruder antun wollte, so sollst du das Böse aus seiner Mitte ausrotten und die Übrigen sollen es hören und sich fürchten und nicht mehr solche bösen Taten in deiner Mitte verüben. Du sollst ihn nicht verschonen, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hahn um Hahn, Fuß um Fuß. Nochmal sehen wir diesen Prinzip noch wieder hier. Guck mal, welche Strafe auch immer eine unschuldige Person aufgrund deiner Falschaussage erhalten hat. Die gleiche Strafe solltest du auch tragen jetzt, nachdem es bewiesen wird, dass du ein falscher Zeuge bist. Es gibt ein Argument, die Leute bringen, sagen, die Todesstrafe soll abgeschafft werden, Bruder Moses, die Todesstrafe soll abgeschafft werden, denn manchmal wird eine unschuldige Person getötet. Hast du gehört? Es gab diesen Fall damals in den USA oder irgendwo, wo eine unschuldige Person getötet wurde mit der Todesstrafe. Ja, guck mal, das ist dann blöd, wenn unschuldige Menschen getötet werden. Deswegen soll die Todesstrafe abgeschafft werden. Aber ist das, was die Bibel lehrt? Nee, die Bibel hat dafür eine Lösung. Ja, der falsche Zeuge soll getötet werden, in diesem Fall. Einfach so, nicht die Todesstrafe abschaffen, das macht keinen Sinn. Und dass wir die Menschen davon abhalten, falscher Zeugen zu werden. Sie werden Angst haben. Hey, ich würde nicht lügen. Guck mal, wenn deine falsche Zeugenaussage zum Tod des Anklagten geführt hat, solltest du zum Tode verurteilt werden. Und fertig. Ja? Aber im Falle anderer Strafen, zum Beispiel, wenn er geschlagen wurde, solltest du geschlagen werden. Ja? Wenn er eine Geldstrafe gezahlt hat, solltest du es ihm jetzt zurückzahlen. Vielleicht doppelt so mal. Es gibt ein Argument, die Leute bringen. Guck mal. Okay, was wäre, wenn ihm aufgrund einer falschen Aussage ein Auge ausgestochen oder eine Hand abgehackt würde? Okay, du hast eine falsche Aussage gegeben und als Strafe hat er seine Hand verloren, die Leute haben seine Hand abgehackt oder Fuß abgehackt, dann bedeutet es, dein Fuß und Hände sollen auch abgehackt werden. Oder? Wie kannst du das ersetzen? Aber das Problem dabei ist, dass in der Bibel keine solchen dummen Strafen gibt. Oder? Das ist kein Koran. Das ist ein vernünftiges Buch. Nählen wo in der Bibel wird das Entfernen eines Auges oder das Abschneiden einer Hand als Strafe festgelegt. Das sehen wir nicht. Mahatma Gandhi hat diesen Vers nicht verstanden. Er hat die Pharisäer Auslegung, Interpretation verstanden. Rache, Auge um Auge bedeutet Rache. Wie geht das? Sein Verständnis dieses Prinzips ist die Interpretation der Pharisäer. Oh Auge um Auge, Zahn um Zahn ist als Rechtfertigung für Rache gemeint? Deshalb hat er sich dieses dumme Zitat ausgedacht. Und Christen verwenden dieses Zitat als ob es ein Vers aus der Bibel ist, oder? Das ist, was Jesus gelehrt hat. Das wird sie sagen. Aber das ist falsch. Wir haben zwei Argumente gesehen heute. Wer unter euch ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein auf sie. Jesus hat die Todesstrafe nicht abgeschafft, sonst hätte er gesagt, werft keinen Stein auf sie. Und das hat Jesus nicht gesagt. Und fünfter Argument Auge um Auge macht die ganze Welt blind. Und das ist ein Zitat von einem Hindu Idiot. Das ist nicht das Wort Gottes. Guck mal, wenn du heute den Christen sagst, es gibt so viele gehirngewaschene Christen, wenn du ihnen sagst, hey, ich bin für die Todesstrafe, ich glaube, was in der Bibel steht, ich unterstütze die Todesstrafe, dass Deutschland wieder die Todesstrafe einsetzen soll, wenn du so etwas sagst. Bringen sie all diese Argumente vor, oder? Die Christen sagen diese sogenannte Argumente und wir haben alles davon widerlegt. Das Problem ist, diese Christen, die solche Argumente bringen, sie haben die Bibel nicht gelesen. Sie kennen die Bibel nicht. Sie kennen nur diese einige Argumente. Ihre Bibel stammt von ihren Lieblings Prediger, denen sie zuhören, oder? Ihre Lehre stammt von Johannes Hartl oder Lothar Gassmann. Sie lesen ihre Bibel selber nicht. Sie hören einfach diese Irrlehre. Das Problem ist, weißt du, diese falsche Lehre, Johannes Hartl, Lothar Gassmann, wer auch immer, sind einfach Menschenfresser. Sie wollen Menschen gefallen. Sie lieben ihre Position. Sie wollen nicht, dass die ihnen nach Hause kommt. Und deswegen lügen sie. Und deswegen sagen sie Dinge, die Menschen hören wollen. Sie lügen und verdrehen das Wort Gottes. Und Christen hören auf ihre Lügen und denken, es sei Gottes Wille, dass die Todesstrafe abgeschafft wird. Und das ist nicht, was die Bibel lehrt. Das Problem ist, sie sind keine gottesfürchtige Christen. Sie sind einfach regierungsfürchtige Christen. Ja, und lass seit sie Nationalisten sind. Sie sind Patrioten, was meine ich damit? Zum Beispiel, der Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes ist für viele Christen Gottes Wort. Weißt du das? Viele Christen sind das Wort Gottes, obwohl es nicht in der Bibel zu finden ist. Ja, der Artikel 1 ist nicht biblisch. Teilweise haben sie recht. Guck mal, die Bibel sagt in 1. Mose 9, 6, du musst nicht aufschlagen. Wer Menschen Blut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Also die Todesstrafe gewährleistet, sie bestätigt die Menschenwürde. Das ist biblisch, ja, wenn du als Christ sagst, Bruder Moses, ich ja, sie steht nicht im Neuen Testament, deswegen bin ich gegen die Todesstrafe, bist du dann ein Idiot. Du hast die Bibel nicht gelesen, du verstehst nicht das Wort Gottes, vielleicht bist du nicht einmal gerettet, du hast nicht den Heiligen Geist, damit du die Bibel verstehen kannst, vielleicht hast du nicht das wahre Evangelium, sei gerettet, bitte, damit du die Bibel verstehen kannst. Aber wenn du sagst, wenn du sagst, Bruder Moses, ich bin gegen die Todesstrafe, weil meine größte Autorität das deutsche Grundgesetz ist, dann macht das Sinn, dann gebe ich ihr Recht. Okay, deine Liebe ist für das deutsche Grundgesetz für die Gesetze von Deutschland und dann wenn du sagst, ich bin gegen die Todesstrafe, dann verstehe ich dich. Ja, ich verneige mich singen. Okay, Artikel 1 ist mein Maßstab. Wenn das deine Haltung ist, dann verstehe ich. Du hast recht, ja. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, das ist die Grundlage für mein Leben, Bruder Moses. Dann verstehe ich, du bist ein Patriot. Ja, aber bring nicht die Bibel und Jesus in diese Gleichung ein. Don't bring the Bible into this equation. Das ist wir sagen. Wir sollten eine allgemeine Haltung der Liebe und des Respekts für unsere Mitmenschen haben. Wir sollen im Generell, wenn wir Seelen gewinnen gehen, wenn wir in die Welt gehen, haben wir Liebe für Menschen im Generell. Das soll unser Standardmodus sein. Wir haben Respekt für jeden Menschen. Ja, wir wollen Nächstenliebe praktizieren, zeigen, aber es gibt Ausnahmen. Es gibt Ausnahmen, wenn du sagst, Bruder Moses, Hitler hat die Wüde verdient, bist du ein Idiot. Wenn du sagst, Kinder vergewaltigen, haben die Wüde verdient, wie sollen sie respektieren, bist du völlig bescheuert. Wenn du sagst, es gibt Menschenhändler, sie bringen Kinder ein, in Containers nach Deutschland, sodass sie vergewaltigt werden können, sie haben noch Würde, bist du völlig bescheuert. Du hast keinen Menschen verstanden. Weißt du, guck mal, wenn du, ja, nach der Bibel gibt es bestimmte Kapitalverbrechen. Wir haben das letzte Mal gesehen, 30 Gesetze. Ich möchte, wir haben noch Zeit, ich möchte die Liste noch mal durchgehen und sehen wir, was noch relevant sein sollte. Okay? Wir haben schon gesehen, Nummer 1, Mord. Guck mal, wenn du jemanden unabsichtlich tötest, solltest du getötet werden. Das ist gut, auch heute soll es eingeführt werden. Ich bin dafür. Guck mal, wenn du jemanden unabsichtlich tötest, solltest du in einer anderen Stadt Zuflucht suchen, oder? Das ist auch biblisch. Ja, die Todesstrafe gilt nicht für dich. In diesem Fall, wenn du jemanden unabsichtlich getötet hast. Die Todesstrafe gilt für Mord ersten Grades First Degree Murder. Nummer 2, Entführung. Ja, Entführer, Menschenhändler sollten mit dem Tod bestraft werden. Ja, keine Ausnahme ist gut für unser Land. Wenn diese pädophilen, Kindervergewaltiger getötet werden, hey, preis den Herrn. Ja, Bibel sagt, jeder, der seinen Vater oder seine Mutter verflucht, soll getötet werden. Das hat auch Jesus wiederholt. Ja, wer bist du, es zu widerlegen? Bibel sagt, jemand, der Absichtler, eine schwangere Frau schlägt und dadurch eine Fehlgeburt verursacht, soll getötet werden. Also in unserem Kontext heute, Ärzte und Krankenschwester, die abtreiben, unbedingt getötet werden. Das ist Mord. Abtreibung ist Mord, laut der Bibel. Die Bibel sagt, ein Mann, dessen Ochse jemanden getötet hat, nachdem er zuvor andere Menschen aufgespießt hat, soll getötet werden. Guck mal, wenn dein Pitbull oder deine Haustier getötet hat und es ist immer noch dein Haustier, ja, du hast es nicht selbst getötet, solltest du zusammen mit dem Tier hingerichtet werden, getötet werden. Nummer 6, eine Hexe soll getötet werden. In Deutschland gibt es immer noch Hexe, weißt du das? Manchmal gibt es diese Mittelalter Märkte und es gibt Leute mit diesem Ball, diesem Kristallball und sie sagen deine Zukunft und alle sie ist eine Hexe. Das ist denkst, ja? Nummer 7, Bestialität. Lass mich dir sagen, Gott sei Dank, so etwas habe ich nie gesehen, aber ich habe gehört, dass im Internet gibt es solche Videos. Bestialität Videos. Das ist verrückt, Alter, das ist bescheuert. Nummer 8, einem anderen Gott opfern, also Götzendienst. Ich würde, also lass mir dir sagen, das ist eine tode Strafe im Alten Testament, einem anderen Gott zu Ausnahme machen in dieser Regierung, in der Welt, in der wir leben. Guck mal, da wir nicht unbedingt in einem Gottes Staat leben, bin ich für die Religionsfreiheit, oder? Ich bin für die Religionsfreiheit, du darfst glauben, was du willst. Du darfst also andere Götter verehren oder anbeten, das darfst du, ja? Guck mal, Menschen, die einer anderen Religion angehören oder einen anderen nicht hingerichtet werden, nach meiner Meinung. Das ist etwas, was die Menschen in Unwissenheit tun. Aber in einem Gottesstaat, wo die Gesetze Gottes so klar sind, dann ist etwas anderes. Guck mal, wenn Jesus wiederkommt, wird dieses Gesetz in Kraft sein, aber nicht jetzt gerade, ja? Arbeiten am Sabbat war ein Kapitalverbrechen. Natürlich hat das ihre Erfüllung in Jesus, es ist nicht mehr im Neuen Testament. Dieses Gebot wurde abgeschafft, wir haben unsere Ruhe in Jesus. Nummer 10, Kinderopfer, das soll auch heute unter Todesstrafe stehen. Ehebruch, wir haben schon darüber gesprochen. Ein Mann und seine Stiefmutter, wenn sie miteinander schlafen, ein Mann und seine Schwiegertochter, wenn sie miteinander schlafen, auf jeden Fall Nummer 14, Homosexuelle. Lass uns dir sagen, es gibt so viele Christen, die unsere gegen Homosexuellen und wir sagen, sie sollen getötet werden, sie haben es verdient zu sterben. Es steht in der Bibel, 3. Mose 20, 13, sie sagen, Bruder Moses, eure Haltung ist sehr extrem. Was du glaubst, ist zu extrem. Ja, ich bin auch gegen Homosexuellen, ich unterstütze keine Homosexuellen, aber ich bin nicht, nicht dafür, dass sie getötet werden sollen. Das ist, illegal sein. Das soll mindestens illegal sein. Und weißt du was, das ist auch in Ordnung. Was würde ich sagen? Wenn du sagst, okay, das ist zu hart, Todesstrafe für die Homosexuellen, zu hart, das ist zu extrem, das kann ich verstehen. Ja, das ist der Welt, in der wir heute leben. Hollywood, in Medien, das kann ich verstehen. Obwohl wir daran glauben, daran halten wir fest, also was biblisch ist. Aber wenn du als Christ sagst, okay, du hast einen Hintergrund, gehirn gewaschen wegen Hollywood, wenn du sagst, nee, das ist zu extrem, aber viele Christen würden sagen, es soll illegal sein und ich bin damit einverstanden. Homo-Ehe soll illegal sein? CSD-Paraden, was auch immer, soll illegal sein? Ja, wenn machen, ja, weil wahrscheinlich du Kinderporno bei dir hast, ja, du bist ein geheimer Pädophil. Die Bibel sagt, ein Mann, der eine Frau und ihre Mutter nimmt, alle drei sollten verbrannt werden, das was die Bibel sagt, also ich bin für die Todesstrafe in diesem Fall. Ein Zauberer soll getötet werden, auf jeden Fall, Amen. Nummer 17, jemand, der den Namen des Herrn lästert, soll also ich würde hier auch eine Ausnahme machen in der Welt, in der wir leben, weil ich für Meinungsfreiheit bin, ich bin für die Redefreiheit, ja, und natürlich, wenn es jemanden gibt, der gegen den Herrn lästert, obwohl es gut ist, dass er sterben soll, obwohl es ideal ist, aber das ist, natürlich, kann die Welt das nicht verstehen, die Regierung kann das nicht verstehen, ja, gegen das machen wir, die Bibel sagt, ein Fremder, ein Nicht-Levit, der versucht, die Stiftshütte auf oder ab zu bauen, also wir haben keine Stiftshütte heute, weggetan, ja, ein falscher Prophet soll getötet werden, laut Bibel, und hier würde ich auch eine Ausnahme machen, weil die ungläubige Welt den Unterschied nicht kennt, ja, sie wissen nicht, wer ein falscher Prophet ist, Welt, die meisten von ihnen wissen das, dass die Homosexualität eine eklige Sünde ist, ja, okay, wenn wir sagen, es soll illegal sein, es soll eine Todesstrafe geben, viele werden es verstehen, sie werden zustimmen, okay, warum nicht, und wenn wir sagen, okay, Lothar Gassmann soll auch getötet werden, viele werden sagen, hey, du bist bescheuert, und deswegen fordern wir das nicht, wir sagen nicht, oh, die Regierung soll Lothar Gassmann töten, ich habe einfach gemeint, wenn wir in Gottes Staat leben würden, würde Lothar Gassmann getötet werden, ja, das habe ich gesagt, nicht heute, und gerne beten wir Fluchgebete gegen ihn, also, ein Familienmitglied oder ein enger Freund, der dich zur Anbetung anderer Götter verführt, das soll auch eine Ausnahme sein, Söhne der Belial in einen Staat, der die Einwohner zur Anbetung anderer Götter verführen, soll getötet werden, jemand, die dem Urteil eines Richters nicht gehorcht, soll getötet werden, das ist auch eine Ausnahme, weil wir heute in böser Welt leben, die Richter sind böse, ja, guck mal, damals hat vielleicht Bruder Anselm irgendein Dokument unterschrieben, dass er bereut hat, was er gesagt hat, gegen Sven Lehmann oder was auch immer, ich weiß nicht genau, aber hat er den Urteil des Richters gehorcht? Er hat wieder gepredigt, oder? Wiederum hat gepredigt, also ich bin nicht dafür, dass Bruder Anselm deswegen hingerichtet werden soll, natürlich nicht, also wir leben nicht in einer gerechte und gottesfürchtigen Welt, ja, und deswegen soll das eine Ausnahme sein, also die Bibel sagt, ein falscher Zeuge, der Zeugnis zum seinen Eltern auch nach einer Züchtigung nicht gehorcht, soll getötet werden, ich würde hier auch in einiger Fälle eine Ausnahme machen, viele Eltern sind auch böse Eltern heute, ja, als Kinder sollt ihr nicht eure Eltern verfluchen, aber wie wäre, aber es gibt eine Frage, wie wäre, wenn ein Vater oder Mutter verworfen ist, kannst du dann in diesem Fall sie verfluchen, ich würde sagen, sagen, ja, aber das Problem ist, verworfene Menschen, verworfene Menschen, guck mal, sie werden sowieso keine Kinder in dieser Welt bringen, die werden keine Kinder haben, die meisten von ihnen, also eine Frau, die heiratet, indem sie über ihre Jungfräulichkeit lügt, obwohl sie es nicht ist, soll getötet werden, ja, ich würde sagen, ja, warum nicht, Unzucht mit einer verlobten Frau, beide sollten getötet werden, ja, ihr Mann, der eine Frau vergewaltigt, ein Vergewaltiger soll getötet werden, auf jeden Fall, die Bibel sagt, nicht Beschneidung, weggetan, ja, im Neuen Testament, ja, kein Thema mehr, nicht das Passachfest begehen, auch weggetan, Blut zu trinken, soll auch unter Todesstrafe stehen, die Leute, das tun heute, die meisten von ihnen, sind Satan anbeter, sie gehören zu einem gefährlichen Sekten, sie sind gefährliche Leute, die Blut trinken, und ich würde sagen, es gibt auch zum Beispiel, isst kein Blutwurst, bitte, kennst du, in Deutschland gibt es Blutwurst, sie braten den Wurst in Pferdeblut, das ist Sünde, das sollst du nicht tun, lass die Ungläubige Welt das trinken und essen, wir sollten das nicht tun, ja, guck mal, wenn Jesus wiederkommt und seine Regierung einsetzt, werden diese Gesetze die Norm sein, ja, einige Leute sagen, wenn Jesus wiederkommt, wird es neue Gesetze geben, nee, das glaube ich nicht, ja, warum sollte Jesus neue Gesetze einführen, wenn die Gesetze, die er gegeben hat, bereits perfekt sind, vollkommene Gesetze, warum soll Jesus neue Gesetze bringen, dass ihr 1. Mose bis 5. Mose werden wieder in Kraft sein, wenn Jesus wiederkommt, Schlag auf Lukas Kapitel 19, Lukas Kapitel 19, während Kapitel 6, Vers 3, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Wir werden eines Tages Engel richten, wir werden Richter sein, ja, wir werden diese Positionen haben, guck mal Lukas Kapitel 19, Vers 15, und es geschah, als er wiederkam, nach der er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe, da kam der Erste und sprach her, dein Pfund hat zehn Pfund dazu gewonnen, und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über zehn Städte haben, und der Zweite kam und sprach her, dein Pfund hat fünf Pfund erwoben, er aber sprach auch zu diesem, so sollst auch du über fünf Städte gesetzt sein, guck mal, wenn wir für den Herrn arbeiten, werden wir Richter im Reich Gottes sein, ja, und nicht nur das, wir werden über, wir werden auch über Städte herrschen, ja, vielleicht wirst du Oberbürgermeister von fünf Städten sein, toll, wer weiß das, ja, Ehre und Autorität werden uns zuteil werden, das wird unser Lohn sein, wenn Christus kommt. Die Bibel sagt im 1. Korinther 3, Vers 11, musst dich aufschlagen, denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es Lohn empfangen. Das sagt die Bibel. Wenn wir Werke tun, werden wir Lohn empfangen. Guck mal, um belohnt zu werden, wenn du sagst, Bruder Moses, ich will belohnt werden, solltest du dem Herrn treu bleiben, solltest du Seelen gewinnen gehen und Menschen retten. Du solltest für die Wahrheit eintreten, für das Wort Gottes einstehen und keine Kompromisse eingehen. Ja, durch Verfolgung gehen, du sollst durch Verfolgung gehen, wenn sie kommt. Du sollst bereit sein, wenn du belohnt werden willst. Das sagt die Bibel und nicht aufgeben. Du sollst bis zum Ende ausharren, oder? Guck mal, sehr wichtig, du solltest deine Meinung über die Todesstrafe ändern und für sie eintreten. Wenn du vorher etwas anders geglaubt hast, dumme Dinge geglaubt hast, du sollst davon Buße tun und sagen, ich bin für die Todesstrafe, weil sie biblisch ist. Besonders in der heutigen Gesellschaft. Du solltest jetzt die richtige Sichtweise dazu entwickeln. Warum? Weil du, wenn du Richter wirst, in Gottes Reich diese Gesetze durchsetzen und dafür sorgen musst, dass sie vollstreckt werden. Oder? Das wird deine Aufgabe sein. Glaubst du, dass Gott dir Verantwortung übertragen wird, wenn du dich jetzt gegen sein Wort stellst? Wenn du sagst, die Todesstrafe ist abgeschafft worden, ich bin nicht dafür, denkst du, dass du diese Aufgabe in seinem Reich bekommen wirst? Du wirst Boden putzen. Das wird deine Aufgabe sein, wenn Jesus wiederkommt. Guck mal, wenn du als Gläubiger eine Seite einnimmst, die sagt, die Todesstrafe ist falsch, sie ist bekommen wirst. Nein. Die Bibel sagt im 1. Korinther 3, 14, ich lese es nochmal, du musst dich aufschlagen, wenn jemand das Werk darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Du wirst in den Himmel kommen, weil du einmal in nicht den Mut hast, vorzutreten und zu sagen, dass Homos die Todesstrafe verdient haben, glaube ich nicht, dass Gott dir in seinem Reich sein Gesetz anvertrauen wird. Daran glaube ich, das ist eine biblische Lehre. Er wird sich für dich schämen, wenn du in den Himmel kommst, wenn du dich jetzt für sein Wort geschämt hast. Ich lese hier dieses Teil von Lukas 9, Vers 26, du musst nicht aufschlagen, denn wer sich meine und meine Worte schämt, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt, wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der Heiligen Engel. Willst du wirklich in dieser Situation sein, wo Gott dich anschaut und sagt, guck mal der Typ, endlich hier angekommen, ja, was soll ich, was soll ich in seinem Reich, weißt du? Guck mal, wenn nur jeder errettete Prediger aufstehen und die Gültigkeit der Todesstrafe für Homos und Ehebrüche predigen würde, würden wir heute in einem völlig anderen Land leben, oder? Guck mal, unsere Nationen sind heute gottlos geworden, ja, viele Nationen, ja, weil die Pastoren aufgehört haben, die Wahrheit zu predigen. Guck mal, die Abschaffung der biblischen Todesstrafe macht eine Nation unrein und gottlos. Wenn eine Nation die Todesstrafe abschafft, wird dieser Land verflucht, unrein, gottlos. Guck mal, was mit uns passiert ist in die letzten zwei Wochen. Die Polizei haben alle unsere Dinge mitgenommen, Hausdurchsuchung gemacht, was auch immer. Und denkst du wirklich, dass wir Kriminelle sind? Wir prägen einfach das Wort Gottes. Sie bringen all diese Gesetze rein, Volksverherzung, was auch immer. Und sie sagen, dass wir Straftäter sind. Macht das Sinn? Weißt du, wie viele Polizei waren da? 20 oder? Ingesamt? Einige von ihnen sind nach Leipzig gekommen. Vielleicht haben sie dort übernachtet. Wie viel Geld haben sie dafür ausgegeben, damit zwei schmutzige Männer irgendwo miteinander schlafen können? So gottlos sind wir geworden. So ist der Zustand heute in diesem Land, wenn sie das machen. Und lasst man sagen, in diesem Artikel 1 des Grundgesetzes, die Menschenwürde ist unantastbar, was auch immer, vor 20, 30 Jahren wurde es gar nicht gegen Homos angewendet. Wenn jemand gegen Homos etwas gesprochen hat, das war kein Thema. Guck mal, dieses Gesetz kann so missbraucht werden, oder? Zum Beispiel in 10 Jahren, 20 Jahren in Zukunft, wenn Pädophilie normalisiert wird, und dann, wenn jemand gegen Pädophilen etwas sagt, werden sie mit diese gleichen Gesetze kommen. werden sagen, du verletzt Menschenwürde, du hetzt den Volk, Volksverzungen, ja, ich kann das klar vorstellen, weißt du, und das ist so unbiblisch, so furchtbar, und lass mich sagen, dieser Polizei, die Polizisten, die Polizistinnen, ich habe es schon erwähnt, ja, ich sehe die Polizei nicht als böse Menschen, sie machen nur ihre Arbeit, oder? sie kriegen Druck von diesen Nachrichtenmedien, von Politikern, und von dieser böse Lothar Gassmann, sie kriegen Druck von dieser Politiker, und deswegen müssen sie das tun, das ist ihr Arbeit, und lass es dir sagen, also die Polizei, ich weiß nicht über dich, aber die Polizei, die mich besucht hat, er war sehr nett, und ich mag ihn, er war sehr nett und freundlich, also ich weiß nicht, ob sie Good Cop Bad Cop spielen, auf jeden Fall hat er mit mir Good Cop gespielt, und ich mag ihn, und ich sehe diese Leute, sie sind auch Menschen, oder? Sie haben Seelen, ja, nur weil sie Polizei sind, bedeutet nicht, dass sie Roboter sind, oder? Und ich hoffe, dass sie gerettet werden, ich hoffe, dass sie das Evangelium irgendwann hören, und dass wir sie in den Himmel einander sehen, oder? Und guck mal, jetzt, wenn ich mit der Polizei interagiere, halte ich meinen Mund, wir geben keine Aussage, was auch immer, aber ich möchte gern mit ihr Austausch haben, im Himmel, ja? Ich würde dann ihm sagen, mit ihnen reden, guck mal, was du mit mir getan hast, und wir sind endlich hier, Alter, was mit dir los? Und ich würde sagen, wenn du die Gelegenheit hast, sage ihnen das Evangelium, damit sie gerettet werden. Ja, im Vergleich zu Indien, was wir sagen, die Polizei sind sehr, sehr freundlich. Die indische Polizei sind einfach, also, also, hier sagen sie, ich bin Kriminalpolizei, was sie sagen, ja, oder? Und in Indien, sie sind echt Kriminalpolizei. Also, die Polizei sind auch Kriminelle. Das ist, was ich meine, macht die Polizei hier. Sie sind sehr freundlich, sehr ordentlich. Wir können für ihnen beten, ihnen das Evangelium geben und hoffen, dass sie gerettet werden. Also, ich werde nochmal dieser Verse hier lesen, in Psalm 19, zum Schluss, Psalm 19, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigsein. Lass uns jetzt beten. Lieber Gott, wir danken dir, dass wir trost alle Schwierigkeiten mit der Regierung heute hier zusammen kommen konnten. Danke, dass du uns erlaubst, durch Prüfungen zu gehen, weil wir im Glauben wissen, dass du uns liebst und uns läutern willst. Herr, während wir über dein Wort nachsinnen, bitten wir dich, dass du uns weiterhin deine Gesetze und Verordnungen lehrst, damit wir wirkungsvolle Arbeiter für dein Reich sein können. Hilf uns niemals Kompromisse zu machen. Lass die ungläubige Welt uns hören und deine Weisheit erkennen. Lass unser Licht leuchten vor den Leuten, dass sie unsere guten Werke sehen und dich preisen. Sende uns deinen Schutz und deine Segen. In Jesu Namen. Amen.